Jetzt haben wir die Schuhkabine Junior Suite. Welche Nummer haben wir denn? Die 10.023. Die Junior Suite sind größer. Superschön eingerichtet. Und am Schreibtisch noch mit dabei. Bei den Junior Suite haben wir den Zugang zur X-Lounge mit dabei, wo es Champagner und Häppchen gibt. Und man hat halt viele Vorteile. Das ist eigentlich super toll. Und das Internet hat man kostenlos mit dabei. Und die Dusche ist doppelt so groß wie die normalen Toilette und ein Riesenwaschbecken. Super toll gemacht.